Liebe Studierende, das dritte Corona-Semester im Digitalmodus ist gerade zu Ende gegangen. Für Sie, aber auch für uns Lehrende, Präsidium und Administration erneut eine große Herausforderung, die wir gemeinsam erfolgreich gemeistert haben. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Begeisterung für die Goethe-Universität. Im kommenden Wintersemester – ich habe das als Präsident bereits in mehreren Medieninterviews betont – möchte die Goethe-Universität wieder so viel Präsenzlehre wie möglich realisieren. Ganz gleich, ob in den nächsten Wochen für Sie noch Prüfungen anstehen oder ob Sie bereits in den wohlverdienten Sommerpause aufbrechen konnten, ich wünsche Ihnen für die nächsten Monate von Herzen alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit. Aber denken Sie bitte auch an eins. Ein erfolgreicher Semesterstart für die Goethe-Universität im kommenden Wintersemester in Präsenz setzt voraus, dass möglichst viele Universitätsangehörige, also auch Sie, liebe Studierende, gegen Corona geimpft sind. Hier haben wir noch Nachholbedarf. Mein persönlicher Appell daher an Sie. In den nächsten Wochen und Monaten wird das Impfstoffangebot weiter beträchtlich zunehmen. Es werden sich immer mehr kurzfristige Zugänge zu Impfstoff bieten. Nutzen Sie bitte die Chance auf eine Impfung. Sei es im Impfzentrum in Frankfurt oder Ihrem Heimatort, sei es bei Ihrem Hausarzt. Nur so können wir im kommenden Oktober einen Studienstart in Präsenz sicherstellen. Sie schützen sich damit, aber auch vor allen Dingen andere. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen danke ich zum Ende des Semesters ganz besonders. Dank Ihres enormen Einsatzes in Forschung, Lehre, Administration und technischen Diensten hat die Goethe-Universität auch ihr drittes Corona-Semester erfolgreich gestaltet. Nun freuen wir uns gemeinsam auf die Chance auf eine Rückkehr zu deutlich mehr Präsenz im kommenden Wintersemester. Auch wenn die Inzidenzien derzeit wieder leicht ansteigen. Ich wünsche Ihnen allen eine erholsame Sommerzeit und kehren Sie bitte nach den Sommerferien vor allem gesund und munter an die Goethe-Universität und Goethe-begeistert an unsere Universität zurück. Für unser wichtigstes Projekt, Semesterstart in Präsenz, brauchen wir jede kundige und helfende Hand. Nochmals herzlichen Dank und Ihnen persönlich alles Gute für die Sommerzeit.